Moin Moin Freunde! Heute zeige ich euch Wonder Woman 1984 von Bluefans in der One-Click-Box. Eigentlich wollte ich die Edition auslassen, aber das T-Book hat mir so sehr gefallen, weil der Film ist ja leider nichts. Guckt mal hier. So wie bei Casino, nee Casino Real, bei No Time To Die, was ich euch gezeigt habe, macht Bluefans wieder genau passend für das One-Click oder für die One-Click von dem Film eine PET-Box. Sieht nicht schlecht aus. Leider kann man das dann aber halt, wie ich schon vorher gesagt habe, nur für diese Box benutzen und nicht für andere Bluefans boxen. So, also wie gesagt, Film ist ja nicht so und ich habe euch ja mal Mantalab, glaube ich, vorgestellt für einiger Zeit, die Box oder die Einzel-Edition. Und ja, und jetzt habe ich mich mit einem Kumpel zusammengetan, mit dem lieben Sebastian. Und er sagt, ach komm, eine Edition, ich eine, du. Ja, die Box ist auch krass, eigentlich, aber das T-Book ist jetzt noch, noch heavier. Das ist noch krasser. Aber da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. So, so. Die haben hier auch wieder was rausgehauen, ne? Guckt euch mal die Wonder Woman an. Hier, Holo-Effekt. Ganz leicht gestanzt. Hier auch geprägt so ein bisschen. Das seht ihr nicht. Hier hinten auch Holo-Effekt. Also das sieht so krass aus. Die Box wirklich ist echt sehr, sehr gut gemacht. Wirklich. Wonder Woman 1984. Was haben wir für eine Limitierungsnummer? Oh, eine niedrige. 70 von 500. So. Dann haben wir hier, ich vermute mal wieder so wie bei James Bond, Karten und ein Poster, würde ich jetzt sagen. Chris Pine, der wiederbelebt wurde für den zweiten Teil. Wonder Woman. Also die Karten sind auch geil. Na guck mal hier, die Karten sind auch geprägt. Seht ihr das hier? Gestanzt. Alter. Also da haben sie sich hier echt, wahrscheinlich, weil es bei der Film nicht so gut lief, haben sie gedacht, müssen wir mal was rausholen. Ich mag ja Poster, aber ich glaube, das gefällt ihnen jetzt nicht so sehr. Wenn ich es mal, ach so, nee, das ist gar kein Poster. Entschuldigung, das ist so ein Banner. Das ist gar kein Poster. Hier so. So. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber die Karten hier, ne, das ist, das ist richtig geile Arbeit. Wirklich. Das finde ich cool. So. Was machen wir denn hier? Genau, jetzt zeigen wir mal die Edition. Das ist hier Single Lanty. Das sieht schon geil aus, ey. Von der Qualität her. Gefällt mir echt gut. Guckt euch das mal an. Das Bild ist auch. Und das ist jetzt noch mit Folie, ne, aber es sieht sieht schon cool aus. Auch von den Farben her. Die Tiefenschärfe. Spine. Schön bunt. Back Artwork. Ich glaube, das war das Bild von der One Click von Mantalab, bin ich der Meinung. Hat was. Dann haben wir hier, das ist auf Fett, Double Lanty. Die Frau ist da mal, ey. Sieht auch gut aus, ne. Auch ein schöner Lanty-Effekt. Das Bein wieder hier. Und hier hinten. Oh, die ist ja richtig grün, ey. Ja, die ist nicht ganz so schön wie vorne, aber hat auch was. So, und kommt da hin. Und jetzt machen wir, ich mache das Full Slip auf. Ich mache wieder das Full Slip auf, Freunde. Oder wie ich es immer eigentlich mache. So. Das Full Slip Artwork ist ja das gleiche Artwork wie das, ich glaube, das deutsche oder das WWA Steelbook, ne. Na komm, hol mal alles raus und dann machen wir das mal in Ruhe. So. Hier ist natürlich jede Menge Prägung hier. Ihr kompletter Anzug, ne, das sieht man hier. Ist schon geil gemacht. 1984 oder WW84 auch. Und hier sogar, das ist auch leicht geprägt. Also. Eigentlich eine sehr gute Arbeit von Bluefans, muss ich schon sagen. Nur den Film macht es leider halt nicht viel, viel besser, ne. Ich hoffe, es kommt Teil 3 und er wird ein bisschen besser. Ich hoffe. So. Dann haben wir hier noch. Was haben wir hier noch? Ein paar Kärtchen. Ein paar Kärtchen. Auge prägt hier, Alter. Was geht denn ab? Guck doch mal die ganzen Karten hier. Was machen die? Was machen die sonst nicht? Guck mal, was für ein krasser Effekt hier. Holo-Effekt in den Charakterkarten. Also Bluefans, ey. Hier auch, guck mal. In jeder Ecke ist es gestanzt. Krass. Finde ich echt gut gemacht, ey. Das ist echt mega. Das ist auch ein geiles Artwork. So, Freunde. Jetzt kommen wir zum Steelbook. Tada. Arthur gefällt mir. Gefällt mir echt. Hochglanz. Und natürlich, was ich liebe, Rahmenprägung. Und hier Wonder Woman 1984. Richtig schön in Bluefans Classic geprägt. Ich finde es geil, wirklich. Mir gefällt das echt. Macht den Film nicht besser, aber egal. Scheiß drauf. So, hier. Spine. Hinten, okay, das kennt man. Ich glaube, das ist ein Fullslip von Hadizeta, glaube ich, gewesen. Das Artwork. Also die Artwork wurde schon überall benutzt, weil es ist ja, glaube ich, das dritte. Oder ich glaube, Filmarena hat es auch schon released. Also die Bilder sind überall irgendwo. Leider. So ist es, wenn zu viel released wird von verschiedenen Labels. So, hier ist nur die 4K drin. Ich weiß gar nicht, ob deutscher Ton drin ist. Hier kann man jetzt nicht so viel lesen. Hm. Na egal. Obwohl, ich glaube, vom zweiten Teil die 4K habe ich nicht. Ich glaube, nur vom ersten. So, die 4K-Disk raus. Aber geil, hier hat 3D-Platz. Nicht schlecht. Innenartwork. Sie ist sehr, sehr gut zur Geltung gekommen hier. Also gefällt mir echt. Ein tolles Bild. Mit ihrem super Seil da. Hier ist leer, aber ist ja auch nicht schlimm. Und die Credits. Guckt mal hier. Die Credits sind innen drin. Zack. Das ist Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Gut gelöst auf jeden Fall. Echt. Also wie gesagt, von der Edition her. Also was die hier gemacht haben. Das ist schon grandios. Wirklich, was Blue Fans hier gemacht hat. Ich würde sagen, eine 9 von 10. Alles so mit den ganzen Effekten und so weiter. Vom Film her, ja. Keine Ahnung. Eine 5 oder eine 6. Ihr könnt mir aber gerne schreiben, wie ihr die Edition findet. Und den Film auch. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns. beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.